Rosé aus Südfrankreich liegt im Trend, ob aus der Provence oder aus dem Languedoc, denn eines haben die Weine alle gemein, ihre frische, feinfruchtige Art. Die machen die Weine zu idealen Begleitern von zahlreichen Speisen. Der Rosé von Spencer Lapujard wurde aus Grenache und Syrah erzeugt und kalt vergoren. Ein Rosé, der sehr elegant ist und durch seine unglaubliche Finesse überzeugt. Damit bringt man ein Stück Urlaub nach Hause.